Was ist die Beine? Ja, ihr schaut, dass ich den Fuß so auf neutral, jetzt kann ich wirklich mit den Fingern rein, gut, auch kein Schmerz, ja, aber, ja, okay, okay, balid, bisschen, okay. Ja, okay, dann schauen wir den Becken, beziehungsweise, ah, ein Störfeld im Nabel. Ja, ich habe ein paar Jugendseben, auch auf dem Rücken. Schmerzhaft. Es kitzelt, ja. Okay, kitzelt es auch, aber hier kitzelt es nicht so sehr. Hier. Ja, ja. Mehr. Hüfte, hier, ja, und hier, nein. Hier, rechts hat Magen 41 mehr wehgetan, ja. Es, 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 daimai, war mehr aktiv, beziehungsweise empfindlich als links. Sind mehr Probleme rechts als links? Ja. Das war eigentlich eine rhetorische Frage. Sie hat mir die Antwort schon physisch gegeben. Ihr versteht jetzt, was ich versuche. Jetzt versuche ich, das zu korrelieren, okay. Ich nehme den Fuß, ich nehme den Fuß, mein Daumen ist auf den Fulcrum-Punkt, beziehungsweise auf Magen 41 und ich bringe den Fuß so, dass er sich normalisiert. Beziehungsweise das ist die anatomisch korrekte, oder das ist die balanzierte Position von dem Fuß, okay. Aber, und ich drücke auf den Fulcrum-Punkt, all right. Okay. Und hier? Nein, daimai ist null, aber er ist jetzt noch, okay, gut. Das heißt, wir haben ein Teil, wir haben ein Teil schon behandelt, nur mit der Positionkorrektur von dem Fuß. Kinesio-Tipp, sehr wichtig, Nummer eins, got to be funky. Nummer zwei, sonst wo ist der Spaß? Nummer zwei, die Ecken abrunden, dann hebt es sich nicht so schnell von dem Körper. Aber weil wir Fuß, Bein nehmen, kann es sich sowieso etwas schneller abheben. Und was ich will, ich will diese, ja, diese Richtung im Kopf anregen, okay. Und wie gesagt, ich brauche wirklich nicht eine sehr starke Stimulation, nur durch Yin-Chao-Mai. Eine starke Stimulation wäre, wenn ich jetzt den Band so nehme, ja, und wirklich den ganzen Fuß versuche. Mistake, okay, Mistake. Einfach den Fuß mit der Hand selber ein bisschen in die Richtung und dann einfach drauf legen. Okay. Und der Fuß natürlich, er fällt zurück, weil der Fuß kräftiger ist als das Material. Aber, aber, das kleine fasziale Ziehen, das doch in dieser Richtung da ist, erinnert den Kopf langsam, langsam, aber sicher, dass es die Richtung von der Fasche ist. Und dann, so dass es sich nicht abhebt, dann mache ich ihn ganz locker, ohne Zug, ohne gar nichts, drumherum. Jetzt, das ist immer noch weg, ja, aber das ist noch da, okay. Und ich sehe, der Bauch reagiert sofort, wenn mein Daumen drauf ist. Jetzt nehme ich die Niere 9 und schaue. Kann er schaue? Gut.